Sozial heißt nicht nur, immer weitere Sozialausgaben zu verabschieden, die dann insbesondere die arbeitende Bevölkerung schultern muss. Sozial heißt vor allem, dass sich Arbeit lohnen muss. Die Personen, die einen wesentlichen Beitrag zu unserem Sozialstaat leisten, müssen dies am Ende auch in ihrer Tasche merken. Besonders die Mittelschicht muss hier entlastet werden. Hier ist die Einkommenssteuer eine wesentliche Stellschraube, an der wir drehen müssen. Genauso sollten wir alles daran setzen, mehr Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Weiterbildungsmaßnahmen gehören genauso dazu, wie das Schaffen neuer Arbeitsplätze. Und das geht nur, wenn wir Unternehmen entlasten. Dafür werde ich mich einsetzen und freue mich, wenn Sie mich auf diesem Wege unterstützen.